Hallihallöchen meine Freunde und Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Hausflipper. So, in der letzten Folge... Ähm... Ich musste... Moment... Ich hab grad kurz was gesnackt. So, in der letzten Folge haben wir ja erfolgreich die Dusche montiert. Und, ja, das Designer-Klo. Jetzt geht's mit dem überteuerten Waschbecken weiter. Ähm, und zwar... Kann ich hier... Waschbecken mit Schrank Prisma. Mit Schrank Bago. Um, um, um... Badezimmer. Okay, die gehören auch zu Badezimmer dazu. Einbau-Spülbecken. Einbau-Wanne-Runde-Einbau-Wanne. Toilettenpapierhalter brauchen wir natürlich auch noch. Der muss auch noch hier hin. Hier hin oder da hin? Machen wir da hin. So. Achso. Ähm... Kappen natürlich... Erstmal wieder weg. Anschlüsse weg. Äh... Aufdrehen. Und dann kaufen wir... Ich würde sagen, das hier. Ja... Kaufen wir einen... So. Waschtisch. So. Dann montieren wir mal. Anschluss reindrehen. So. Hoch. Hier noch. Leitung drauf. Und... Festschrauben. Achso. Oben auch noch. Hier auch. Leitung drauf. Auch festschrauben. Mutter zudrehen. Und einstecken. So. Siphon. Gummimuffe rein. Rohr rein. Rohr rein. Siphon. Festschrauben. Und Kappe. Zack. Fertig. Fertig. Okay. Gegenstand anbringen. Spiegel. Ein Badspiegel. Haben wir hier gar nicht. Hier drin? Ja. Hier drin, oder? Ja. Siphon. Siphon. Gibt's gar nicht. Ja. Hier drin, oder? Hm. Alle. Spiegel. Rahmenweiß. Rahmenbuche. Wenge. Nuss. Spiegel. Eiche. Ich würd' sagen. Rahmen. Spiegel. Kaufen Sie einen. So. Hier, oder? Ja. So. Alles erledigt. Ähm. Möbliertes Zimmer. Null. Eins von vier Aufgaben in anderen Räumen. Okay. Gut. Hier ist alles fertig. Also. Bad haben wir hingekriegt. Fenster können wir zumachen. Oh. Wird's dunkel so langsam. Ja. Tatsächlich. Hier wird's so langsam dunkel. So. Modifiziere die Wände. Auch erledigt. Und hier waren noch streichenden Farben reizvoller Lavendel. Und heller Lavendel. Okay. Hier ist so ein Kackstreifen. So ein kackgelber. Reizvoller Lavendel und heller Lavendel. Na gut. Kommen wir da hinten ran? Ja. Ich denk mal schon. Ha. Farben. Wie sieht denn Lavendel aus? Lavendel ist lila oder? Heller Lavendel und reizvoller Lavendel. Da kaufen wir mal einen. Denn das ist schon eine ganz schön heftige Farbe. Und da machen wir dann. So wie hier. Diesen Streifen. Oder hier so eine Ecke. Also quasi so. Und dann hier auch drei Stück. Und auch noch einen. Und die Laibungen. Fensterlaibungen. Auch noch. Wo ist eigentlich die Musik hin? Das ist irgendwie weg. Komisch. Mal ist Musik da. Mal nicht. Oh da ist schon ganz schön dunkel jetzt draußen. Vielleicht gibt's deswegen keine Musik mehr. Weil jetzt Nacht ist. Das könnte natürlich sein. Aber die Vögel zwitschern immer noch. Ich hör sie. HNO! Und der Huhn. Äh der Hahn. Krät auch immer noch. Ich mach hier Fenster auf. Das ist. Auch schnell. Trocknet. Ah jetzt kommt auch wieder Musik. Dann müsste ich eigentlich die hier auch noch machen. Komm weißt du was. ich mach mal so und so okay jetzt hat's ja ach wir machen die ganze wand und fertig so da hier nochmal schön wieder auffüllen ach der hat auch guck mal der hat hier auch die fast gleiche Farbe hier bei dem Hase an den Ohren hoffentlich reicht das nein ah okay einmal füllen geht noch so dann hier noch nein nein hu glück gehabt so ah das sieht doch cool aus ja das sieht sehr stylisch aus okay dann den Rest verkaufen wir war schon zu leer schade wo ist die Musik hin reizvoller Lavendel und heller Lavendel da brauchen wir glaube ich zwei so müsste reichen ja Pinsel beziehungsweise Farbwalze der Rest ist ja muss ja aufpassen dass ich da nicht wieder nicht wieder irgendwie eine Lücke habe ich versuche wirklich 100% hinzukriegen aber irgendwo ist da beim streichen ach jetzt kann ich komplett okay ne will ich ja nicht man muss quasi nur einen bestimmten Teil haben na komm schon so das hier war fertig und das hier auch okay gut ich hätte natürlich auch den Schrank wegräumen können aber das ist was für hier für Weicheier richtige Männer streichen von oben hinter den Schrank einfach so viel Farbe oben hin streichen dass sie hinter den Schrank läuft dann ist auch sauber beziehungsweise gestrichen die Farbe reicht halt irgendwie nicht für dreimal ne Farbe reicht immer nur für zweimal außer hier die kleinen Stücke also als nächstes mal wenn ich wieder hab ich ne Verbesserung? nö hab ich nicht wenn ich wieder Skillpoints hab dann nehm ich die auf den Farbverbrauch das war einfach nicht mehr so viel Farbe verbrauchen also kann ich vielleicht vielleicht die eine Sicker ganz verkaufen na jetzt ist der Eimer leer na müssen wir halt doch noch hier nehmen so 96% schon wieder was vergesse ich? oh was mach ich denn hier? also ich hier noch solche Striche rein machen so schickt sich das naja kommt doch stylisch so aber das lassen wir mehr machen wir nicht ok also die 96% wieder mal ich hab keine Ahnung ich muss mal echt muss mal echt schauen woran das liegt 5 von 7 Aufgaben was gibt's denn noch für Aufgaben? sag doch mal ähm Licht funktioniert sehr schön so was haben wir hier? modifizierte Wände haben wir gemacht Badezimmer haben wir gemacht gab es hier noch was? streiche die Zimmer 0 von 3 mehrere Zimmer hier nein hier draußen nö wie diese Türen immer quietschen kwi kwi hier 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 haben wir gestrichen so hier können wir nicht streichen hier brauchen wir nicht streichen hier streiche in den Farben schläfriges Blau ach herrje schläfriges Blau hm machen wir auch mal Fenster auf Kaffee mit Milch schläfriges Blau hier haben wir es ich kaufe mal gleich mehrere stellen wir mal hier auf den Tisch einfach mal fett auf den Schreibtisch stellen boah wenn da Flecken gibt das wäre heftig äh achso bei dem Weg so ich fülle jetzt einfach mal nach jedem Mal streichen nach dann kann es ja nur zu 100% gut werden dass uns da keine Unterbrechung geschieht dann bin ich mal gespannt ob wir es dann mit 100% abschließen können wenn wir unterbrechungsfrei streichen quasi oder ich vergesse irgendwas ich weiß aber nicht ich habe keine Ahnung was ich da vergesse so draußen ist schon komplett Nacht egal wer mal ein bisschen Überstunden ist für einen Freund wir streichen das Zimmer von Freund da kann man auch mal nachts noch arbeiten blöde Hund kräht immer noch rum oder Hahn Hahn Solo so dann hier wieder auffüllen und hier so hier kommen wir auch gut hin gut dass der Mann so lange Arme hat und äh unser Pinsel auch also quasi unsere Farbrolle auch schön lang ist oder habe ich eins vergessen macht nix Hauptsache wir haben keine Unterbrechung drin so die eine Farbe ist schon leer aha ich glaube ich weiß was ich bisher vergessen habe was ist das das ist doch die Außenwand das ist im Fenster drin das ist ja jetzt wohl ein Witz dieser winzige Rand bestimmt kriegen wir jetzt 100% hin okay dann muss ich nochmal Farben kaufen für die anderen Zimmer oh das streichern wir auch mit der Farbe hier das können wir eigentlich auch machen wenn das geht obwohl ne da muss ich schon muss ich schon die gleiche Farbe nochmal kaufen ich will die Lampe nicht anschalten so mal auf den Tisch hoch hüpfen ja das sieht gut aus das ist ganz praktisch hier oben auf dem Tisch da kommt man gut an die Wände ran was ist das hier für ein komischer Schatten also müsste ich ja theoretisch in die ganzen anderen Häuser auch nochmal Und da die Fensterlaibung innen auch nochmal überall streichen, dann hätten wir überall 100%. Oder aber ich lasse es einfach. Zack, 100% gestrichen. Wer hätte es gedacht? Eieieie. Okay, also dann liegt es daran. Also, Fenster zu. Das war zu. Fünf von sieben Aufgaben. Okay, dann gehen wir nochmal. Modifiziere, die Wände ist fertig. Wo ist jetzt... Das hier ist das Bad gewesen. Hier ist aber alles Roger. Da ist noch voll die Haustüre offen. Ja, hier. Man sieht es, das ist noch grau hier. Dieses kleine Strichchen. Oh Mann. Okay, das war dieses... Reizvoller Lavendel, ne? Einen Eimer reizvoller Lavendel. Stellen wir mal aufs Bett. So. Hört sich der Kunde freuen, dass wir ihm den Farb einmal aufs Bett stellen. Also, sieh mal einer an. 97%. 97%. 98%. Und 100%. Und 100%. Komm, dann können wir das da auch wieder wegmachen. Wo wir uns so ein bisschen verstrichen haben. Oh, wenn das der Kunde sehen würde. Dass wir den Farb einmal hier auf dem Bett stehen haben. Oh mein Gott. Wir sind der beste Handwerker überhaupt. Okay. Gut. Ähm. Der Rest verkaufen. Zink. Fenster zu. Haben wir eh vergessen. Sonne geht langsam wieder auf. Wir haben die Nacht durchgearbeitet. Und jetzt gibt es noch mehr Aufgaben. Hier machen wir zu. Hier sind wir fertig. Ich nehme mal die Hand. Gab es hier was? Keine Aufgaben. Gab es hier was? Keine Aufgaben. Ein Zimmer müssen wir wohl noch streichen. Gab es hier was? Ja. Streichen in Farben himmlisches Blau. Okay. Und hier ist einfach nur Bad. Da ist auch keine Aufgaben. Okay. Gut. So. Dann streichen wir dieses Zimmer in himmlischem Blau. Aber das meine Freunde. Machen wir erst in der nächsten Folge. Machen wir hier die Fenster auf. Dass es schön schnell trocknet. So. Wenn es dann wieder heißt. Time to play. Hier bei Hausflipper. Und dann können wir hier. Ein bisschen noch auf seinem Bett rumhüpfen. Bis dahin. Macht es mir gut. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020